Tag! Tag! Name? Huanik! Was? Heinrich, Holrich, Antonida, Nordpolida, Gustav, Gustav! Gustav! Vorname? Franz Josef! Adoscha! Der Kaiser bei uns im Heer, was? Ich bin nicht der Kaiser, ich kann es nicht hören. Geboren? Ja! Nicht abgetrieben. Wann sind wir geboren? 16.66. Fest auf ihn? Ja, im Rollstuhl. Sind wir witzig, was? Haha! Was haben wir da hinten? Wo? Am Rücken! Am Buckel! Ein Buckel! Ja? Simulant! Stehen Sie gerade! Das ist gerade! Stützapparate! 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 Das österreichische Bundesheer hat modernste Waffen, die weltweit in kriegsführende Länder exportiert werden! Ja? Also, wie lange fragen Sie sich auch die Dinger zu zerlegen und zu putzen? Äh, die können nicht zerlegt werden! Scheißhabe! Nicht Kriegstauglich, die tragen Sie bei uns nicht! Nein! Das geht ja nicht! Die brauchen ja auch um Stehen und Gehen zu können! Um Stehen und Gehen zu können! Dann werden wir halt ein bissel loben! Noch niemanden geschadet! Muttersöhnchen! Weges Geschlecht haben wir? Männlich! Na ja, bitte! Sehr gut! Dann sind wir tauglich! Was? Ja, was was? Ich bin tauglich, nicht behindert! Geschehen Sie mal an, ich bin ein Schwerstbehinderter! Lassen wir mal mit dem Behindertenschmäh auf! Ich glaube denen an keiner! Stehen Sie gerade! Das ist gerade! So! Hart! Acht! Hart! Acht! Ja, mit den Viers müssen Sie unten zusammenschlagen! Das geht nicht! Die sind gelähmt! Gelähmt? Ja! Das ist richtig gelähmt! So, richtig gelähmt! Ne! Richtig gelähmt! Äh, dann spüren Sie auch nichts in die Viers? Nein! Das ist gut! Wir bräuchten nämlich noch wen beim Mienenräumkommando! Na gut, da kommen wir später dazu! Zum Zivildienst haben Sie sich nicht gemeldet? Nein, das liegt mir nicht! Den ganzen Tag auf Behindertnummer 2! Sehr gut! Kamerat, ich sehe schon, wir werden auch guten Soldaten aus dir machen! Ähm, was haltest du von der Panzer eine? Panzer, ja, das ist gut! Da kann man sitzen nicht! Außerdem, mit dem Rollstuhl bleibt meine Pädergestekanten hängen mit dem Panzer voll drüber! Oder Geheimdienst! SK! Was ist SK? Selbstmordkommando! Die können uns eh noch froh sein, wenn sie sich mit ihm geschnallt raus sind! Naja, nein, aber zuerst wenn wir mal anständig stehen üben und ein bissl marschieren! Also! H8! H8! Links! Dann gehen wir mal an! So! Im Gleichschritt! Marsch! Links! Links! Na bitte, das ist ein Gleichschritt! Jawohl! Ab mit die Kaserne! Mit einem Lied! Wir ziehen über die Straße mit ruhig festem Schritt. Drei Kalorien? Ja, glaubst du, wir sind total deppert. Wollten Sie uns das unterschlagen, oder was? Ich meine, da sehen Sie ja praktisch nichts. Da können wir Sie nicht brauchen, da sind Sie natürlich untauglich.